Freunde, ich hab da was für euch. Wer an Fuchsia denkt oder von Fuchsia hört, der denkt entweder an eine Farbe oder eine Blume. Fuchsia, das ist aber auch der neue Codename für ein Betriebssystem, an dem Google jetzt schon seit einiger Zeit arbeitet. Was man genau damit machen wird, das weiß man aber noch nicht. Vielleicht wird das parallel zu Android laufen, vielleicht wird es das irgendwann ersetzen. Was ich euch auf jeden Fall sagen können, ist, auch das wird Open Source sein. Es basiert aber nicht, so wie Android zum Beispiel, auf Linux und es ist auf jeden Fall ein mobiles Betriebssystem. Bedeutet, das kann auf Tablets kommen, das kann aber auch auf PCs kommen und das kann natürlich auch auf Smartphones kommen. Es gibt nun ein erstes Abbild der Oberfläche, diese nennt sich Armadillo oder Armadeo, wie auch immer man das ausspricht. Ich sag mal Armadillo, das ist im Prinzip das englische Wort für Gürteltier. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, woran das liegt. Aber wir starten das erstmal, um euch zu zeigen, wie das überhaupt aussieht. Wer also in Zukunft mit Google Fuchsia oder mit Armadillo unterwegs ist, der wird eine komplett neue Betriebssystemerfahrung bekommen. Denn das, was ihr hier seht, das ist die Oberfläche, zumindest die, die bisher gemacht ist. Das ist alles noch sehr, sehr stark im Anfangsstudium. Das bedeutet, da kann sich noch unfassbar viel tun und wir sehen hier eine Menge Platzhalter, aber wir sehen das Grundprinzip. Das sieht so aus, dass wir, ich sag mal, drei Bereiche haben. Wenn wir das Ganze starten, dann landen wir auf dem, ja, ich nenne das jetzt mal Homescreen. Es gibt nämlich keine richtigen Seiten mehr. Das Ganze verläuft linear und zwar nur über diese eine Seite. Was wir aber hier haben, das sind, wie gesagt, drei Bereiche. Einmal unseren, ich sag mal, persönlichen Bereich. Dort sieht man ein Bild vor uns. Man sieht die Uhrzeit, den Wochentag, den Ort, an dem wir sind und den Batteriestatus. Wenn wir dort draufklicken, dann sehen wir auch noch, wie viel Akkuladung haben wir wirklich. Eine voraussichtliche Akkulaufzeit. Wir sehen, okay, wir sind mit dem und dem WLAN verbunden. Und wir sehen den Netzbetreiber, also ob wir eine Verbindung haben oder nicht. Darunter sehen wir dann zwei Regler, einmal um die Lautstärke zu ändern und einmal um die Displayhelligkeit zu ändern. Wir können den Flugmodus aktivieren, eine Art Bitte-nicht-stören-Modus, die Displayrotation. Wir können uns ausloggen und more. Sowohl wenn ich auf Lockout klicke, als auch auf more passiert allerdings noch gar nichts. Das wird dann alles nach und nach kommen. Jetzt kann ich irgendwo ins Leere klicken und komme wieder raus von dieser Seite. Und dann haben wir noch zwei weitere Dinge zu sehen. Einmal von unten nach oben wischend, sehen wir, ich sage mal, eine Art Google Now. Wir haben Google hier, dort können wir dann etwas eintippen. Und wir sehen auch schon direkt eine neue Tastatur. Die sieht jetzt ähnlich aus wie Gboard, also die Google-Tastatur. Allerdings ist sie doch ein wenig anders. Das Ganze ist in einem Dark Theme, also in Dunkel gehalten. Wir haben hier eine Go-Taste, eine große Zurück-Taste, Shift. Bisher sehe ich hier sehr, sehr viele Wortvorschläge. Und hier sehe ich dann eben, natürlich kann ich ganz normal danach googeln, aber ich sehe auch Vorschläge. Da kann dann, wie gesagt, ich denke, das ist sowas wie Google Now. Da wird dann Kontextbasiertes angezeigt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Flug habt, dann wird aus der Mail automatisch genommen, hey, du hast einen Flug. Und dann wird dir zum Beispiel die Bordkarte angezeigt. Oder Vorschläge für zum Beispiel Restaurants in der Nähe oder was es sonst noch so gibt. Das ist der nächste Punkt. Und was wir hier noch sehen können, ist, dass wir, wenn wir von unten nach oben mischen, nein, von oben nach unten, eine Menge, Menge Karten haben, sogenannte Stories. Darunter befindet sich aber noch was anderes, nämlich Mail. Bedeutet, hier werden wir dann wahrscheinlich die verschiedenen Apps sehen, wie auch immer die aussehen werden. Das können wir bisher noch nicht sagen, aber alles wird wohl über diese einzelnen, ja, möchten wir das Kacheln nennen. Wir nennen es jetzt einfach mal Kacheln arbeiten. Oben rechts sehe ich dann wieder meinen Account. Ich kann unten den Punkt klicken. Das ist eine Art Home-Button und dann lande ich immer wieder draußen. Wenn ich diesen gedrückt halte, dann sehe ich ganz egal, wo ich bin, meine Shortcuts. Bedeutet, ich kann hier wieder die Lautstärke ändern, die Helligkeit in den Flugmodus gehen und so weiter. Ich kann überall, wo ich bin, von unten nach oben ziehen und habe dann meine Google Suggestions, also meine Vorschläge. Und wenn ich unten in die Zeile tippe, dann sehe ich noch die Uhrzeit und ich sehe den Akkuspar. Nein, den Akku, die restliche Akkuladung, das wollte ich sagen, verzeih. Okay, das ist also eins von Modulen, das sind die verschiedenen Stories und Apps. Und diese kann ich anordnen, und zwar so, wie ich es möchte. Wenn ich das gedrückt halte, dann kann ich das nach unten schieben, irgendwo anders positionieren. Oder ihr seht es, wenn ich auf eine andere Kachel komme, dann kann ich sie übereinander oder sogar nebeneinander anordnen. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit zwei Apps, machen wir jetzt mal kurz untereinander, sondern ich kann jetzt wieder zurückgehen. Der Homebutton bringt mich, wie gesagt, immer ganz raus. Dann kann ich mir noch E-Mail nehmen und schiebe das ebenfalls da drauf. Und dann kann ich gucken, okay, hier oben habe ich meine Übersicht über alle momentan drei Apps. Unten wird dann natürlich was angezeigt, aber wie gesagt, das sind momentan Platzhalter, deswegen sehe ich da nichts. Wenn ich raus möchte, dann gehe ich ganz einfach raus. Natürlich kann ich auch hier wieder eine einzelne der Apps festhalten, nur die dann rausziehen oder ganz anders positionieren, ebenso wie mir das gefällt. Ich habe jetzt gar nicht probiert, wie viele man da wirklich nebeneinander packen kann. Okay, ein viertes passt noch rein. Das bedeutet natürlich, man kann verschiedene, ich sage jetzt mal Apps, weil das werden wahrscheinlich keine Apps sein, aber ich werde verschiedene Apps nebeneinander oder miteinander kategorisieren können, so als wäre das quasi eine Art Ordner und dann ganz leicht zwischen ihnen hin und her wechseln. Wenn ich aber möchte, wie gesagt, dann kann ich mir die einzelnen auch wieder rausholen. Zack, und dann schiebe ich das ganz einfach da drunter. Oben sieht man immer anhand dieses kleinen Farbbalkens, welche App das dann sein wird oder welche Story. Wenn es mehrere sind, dann werden die eben hier rot, grün, orange, grün angezeigt und ich kann das voneinander unterscheiden. Natürlich funktioniert das Ganze aber jetzt nicht nur im Hochformat, sondern auch im Querformat und dafür drehen wir das mal. Letzten Endes ist der Aufbau derselbe, aber oben die Kacheln, die sind dann eben nebeneinander sortiert. Das Ganze finde ich sogar noch ein bisschen übersichtlicher. Was hat Google damit vor? Ehrlich gesagt kann ich mir jetzt momentan noch nicht vorstellen, dass das Android ersetzen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, abgesehen davon, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir hier was Fertiges sehen würden. Vielleicht wird das auch komplett verworfen, aber ich behaupte mal, okay, das könnte so eine nette Plattform nebenbei werden. Vielleicht wird das das Ganze irgendwann, vielleicht wird das Android irgendwann mal ablösen oder das wird zusammengeführt. Was ganz interessant ist, ist, dass es theoretisch auch auf iOS-Geräten laufen könnte. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt momentan einfach noch viel zu früh dran. Das ist also Google-Fuchsia. Daran arbeitet Google im Hintergrund. Das ist die Oberfläche, von der ich immer noch nicht genau weiß, wie man sie ausspricht. Die schöne Gürteltier-Oberfläche Armadillo. Und ja, was sagt ihr dazu? Braucht ihr was Neues? Seid ihr mit Android zufrieden oder iOS? Wie findet ihr den Ansatz? Lasst uns darüber doch mal ein bisschen diskutieren, denn ich finde das tatsächlich ziemlich spannend. Falls ihr euch das auch runterladen wollt, setzt ihr euch einen Link in die Beschreibung. Da könnt ihr euch den in die APK runterladen und das auf eurem Gerät probieren. Ihr seht es bei mir, das ist quasi letzten Endes auch nur eine App. Ich komme da natürlich sofort wieder raus. Was ich ganz spannend finde, ist, es gibt hier wirklich nur diese eine Seite, also keine Benachrichtigungsleiste. Das wird dann alles hier drin sein. Die Shortcuts, die werden dann wahrscheinlich hier bleiben. Darüber werde ich dann hoffentlich auch WLAN ein- und ausschalten können und so weiter. Und ja, das war es von mir, einem ersten Rundgang und Eindruck von Google Fuchsia, beziehungsweise dann von Armadillo. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und dann war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.